ja hallo herzlich willkommen zum eberl wintergarten blog heute das thema die pfahlgründung da habe ich schon mal was dazu gehalten ich habe jetzt beim aufräumen von unserer aufstellung habe ich mal ein altes buch gefunden das zeigt so die ursprünge des ganzen themas ich zeige euch mal dieses kleine fundament hier für die die noch nicht gesehen haben das ist so genannte schraubfundament die schraubfundamentation ist im prinzip nichts anderes als eine pfahlgründung früher hat man eichenholzpfähle in den boden das funktioniert so gut ganz amsterdam ganz venedig alles steht irgendwo auf eichenpfählen der hamburger hafen der hat troppenholz über million troppenholzpfähle sind reichert worden um einfach bauen auf einem schwierigen untergrund zu ermöglichen man kann das ganze in der heutigen zeit einfach übersetzen da gibt es aber firmen wo sich richtig gut gedanken gemacht haben zu einer ist der grinner und zu anderer ist die deutsche fundamentbaugesellschaft vom tierstallhans die sind da beide sehr aktiv darin wir selber setzen diese fundamente auch schon als weit über zehn jahre ein und warum machen wir das weil es eigentlich ein super 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 produkt ist um viele probleme zu lösen das heißt was ist für mich das problem wenn man in einem klassischen garten bestandsgarten arbeitet da muss irgendwer ein großes loch kram und müsste da ausreichend tiefes fundament machen und ausreichend tief hast du ja in deutschland immer 80 cm tief die meisten die dann irgendwelche betonfundamente anbieten für überdach oder sowas die kram einen kiebel ein mit beton voll also das entspricht nicht dem was man eigentlich lernt als kleines kind schon man sollte ein vernünftiges fundament bauen steht sogar in der bibel du sollst nicht auf sand bauen damit einfach das drüber auch funktioniert diese schraubfundamente ermöglichen mir einfach folgendes wir können auf eine baustelle kommen wir beginnen in der früh schrauben diese fundamente in die erde ein das ist eine relativ kleine maschine und sobald ich zum schrauben aufhören ist das fundament fest wir können auch sehr tief fundamentieren also mit unserer kleinen maschine kommen bis zu drei meter fundamente eindrehen und mit drei meter kommen relativ alles abdecken was wir uns vorstellen können zu bauen das ganze ist auch wieder reversibel das ist auch ganz toll eigentlich wenn ich sage ich muss mal wieder einen rückbau machen ich schraube wieder aus der erde habe keine rückstände und kann das fundament beim nächsten mal wieder einsetzen ich zeige euch das mal auf dem fotoalbum das wo ich gefunden habe da bin ich dann drauf so ich gehe mal da ein bisschen richtung kamera damit da sieht man es mal das war unser erstes projekt wie wir die ganze idee mal begonnen haben das heißt also hier sieht man eigentlich auf dem gelände von der firma eine musterterrasse das heißt wir haben ganz unten haben wir punktfundamente gesetzt darauf haben wir einen skelettrahmen erzeugt und haben dann einen patentbodenbelag entwickelt wo ich dann gleich in diese schienen einen steinbelag einhängen kann und somit habe ich eine terrasse die feuchtigkeit wasser durchtrainiert aber immer hundertprozentig homogene fläche gibt da sieht man ein foto von mir in jungen jahren wie gesagt bin ich schon älter das ist unsere eindrehmaschine das ist der migl der wurde gerade praktisch die fundamente reinschraubt und da ist dann die terrasse fertig und aus diesem grundmodul haben wir relativ viele sachen entwickelt das heißt also fundamentation bei schwierigen geländen das ist so hang und selbst beim hang kann ich relativ einfacher gerade fläche erzeugen mit diesen fundamenten und mit körper unser leben ohne diese fundamente nicht mehr vorstellen so also thema schraubfundamentation ist relativ einfach wie gesagt wir können sämtliche lasten einfach sicher in die erde ableiten frost sich ableiten die meisten wissen gar nicht dass die soglasten also die zuglasten auf ein fundament viel größer sind als die drucklasten weil einfach durch das vorbeistreichen vom wind über glasflächen ist es wie der segel und da ist bei den meisten übertrungen die last die es aus dem boden herausheben möchte viel viel größer als die nach unten drauf drückt auf das fundament wenn es zu diesem thema fundament einmal eine frage habt was kann man machen wie kann man es machen ich habe auch kunden die was prüfen selber zu bauen es ist grundsätzlich relativ einfach aber da steckt der teufel auch im detail das heißt ein fundament gerade an diesem punkt hinzukriegen wo ich es möchte da gehört ein bisschen handwerksgeschick dazu sage ich mal übung dazu damit es auch so funktioniert wir haben einfach ein bisschen braucht bis wir mal alles gemacht haben bis er mal jeden fehl einmal gemacht hat ein klassischer thema ist immer so der worst case weil ich ja nicht sehe was unter der erde ist dass mir irgendwo reinbohrt also wir haben schon abwasserleitung angeboten wir haben schon die hauptstromleitung vom haus angeboten haben schon telefonleitung abgerissen das heißt auch wir sind nicht davon gefeit dass wir irgendwas reinbohren weil da leitung ist die wohnung sein sollte wir fragen immer vorher meine jungs fragen vorher wir versuchen eine spartenpläne zu bekommen und da ist das thema immer wenn ich sage wir arbeiten mit größter sorgfalt aber oft ist das so dass einfach beim bauen das nicht so gemacht worden ist wie es dann im plan nachher steht warum auch immer selbst die bauherrn sagen mensch da kannst du schon reinbohren die leitung liegt da drüben die habe ich selber gemacht wir bohnen rein die leitung erwischt also sprich die leitung liegt tatsächlich nicht da wo der bauherr gemeint hat sondern liegt dann da wo wir von dem fundament eingeschrauft haben wir haben bis jetzt alles wieder reparieren können also das ist überhaupt nicht tragisch selbst die stromleitung ist dann von den ehren wieder repariert worden abwasserleitung haben wir genauso wieder wieder in gang gebracht also es ist ein interessantes thema dieses fundamentieren hat wahnsinnig viele vorteile hat aber nachteile wie gesagt für mich sind die vorteile eklatant mehr das heißt einfach die überwiegen einfach den ganzen thema weil ich einfach schnell ein fundament einbauen kann ich muss nicht erst kubikmeter weiß erde raus bringen kubikmeter weiß beton in den garten bringen die schaut immer aus wenn ich da einen bomben angriff hinter mir hätte sondern das ist wirklich smart chirurgie einfach reingehen reinschrauben fertig da ist kein groß kaputt gar nichts und der garten schaut immer wieder sauber aus ich kann aus dem punkt fundament ein streifen fundament bauen die kunst zum flächen fundament umbauen und 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 also die variabilität ist da wahnsinnig groß es gibt von den fundamente selbst glaube ich 15 verschiedene typen für alle möglichen anforderungen mit allen möglichen aufnahmeplatten haben wir drauf um das möglichst einfach zu haben und effektiv zu sein und wir haben in der zwischenzeit drei eindrehmaschinen das heißt also wir können mit drei teams gleichzeitig schon arbeiten weil das thema uns einfach nicht mehr loslässt die fundamentierung im garten und das heißt wir bringen zu jedem projekt aus dann das fundament passend mit wir verlängern eine terrasse das heißt wenn eine klassische terrasse früher etwas betoniert und meter meter 50 2 meter 50 ich nachdem die meisten leute schnell irgendwann mal fest jetzt habe ich schon leben lang auf einer zu kurzen terrasse wenn ich jetzt was neues machen möchte ich bitte tiefer haben dann dem an die terrasse in der regel ein schnellbaufundament anstücken und denen dann den neuen belag meistens auf steigen dann drüber liegen auf die vernünftige tiefe von 3 meter 50 4 meter dann habe ich nämlich eine tolle terrasse und habe dann auch spaß mit meinem übel weil die alle platz drauf haben also wenn es das thema terrassenverlängerung der fundament schwierige fundamentierung mal so ein thema ist was was fällt mir da jetzt ein wir haben einmal im wintergarten gemacht da haben sämtliche baufirmen das abgelehnt zu fundamentieren weil da drunter waren praktisch zwei wassergruben und da hat sich keiner irgendwie ran traut weil das ja vom überbauen her schwierig ist wie überbaue ich da wassergrube mit beton und so was wir haben dann tatsächlich auf einer seite einen drei meter abhang runter gehabt und jede baufirma ist gegangen sagt das geht nicht wir haben da klassisch unser schraubfundament eingeschraubt haben an jedem punkt an dem es gegangen ist die fundamente gesetzt haben dann da den stall dementsprechend gestaltet der hauser kann jetzt im wintergarten hat er von mir bodendeckel gekriegt da kann er praktisch noch mal rein in diese wassergruben und kann da mal schauen wie mit irgendeiner pumpen oder sowas kaputt ist könnte er reinsteigen also kann er fließen raus hemmen hat dann da einen wärmegedämmten deckel gekriegt und wir haben alles erfüllt was er wollte damit der wintergarten auch funktioniert der hauser ist glücklich die fundamente waren super einfach für uns zu machen ich habe auch noch mal einen kunden gehabt der hat einen anderen wintergarten gekriegt der hat dann unter dem wintergarten hat er so einen ziegelgewölbekeller gemacht also einen neu angelegten lagerkeller praktisch da haben dann auch alle anderen firmen gesagt ein fundament über einen keller drüber machen der wo nagelneu ist es ist sehr 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 schwierig und wollen sie nicht und bla 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 mit den fundamenten hat es super gut funktioniert also der kunde war auch stetschen mit mir da es ist wahnsinn was man alles machen kann wenn man da ein bisschen darüber nachdenkt was da für innovation hinter diesen fundamenten steckt also wenn es einmal eine frage habt zu dem thema einfach kurz durchleiten an die harald.eberl.wintergarten-eberl.de oder an die info.wintergarten-eberl.de ansonsten sehen wir uns dann von den nächsten blogs bedanke mich servus für dich